So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SofaTV. Wir sind immer noch bei unserem Winzer-Battle Nord gegen Süd, Carvit-Kellerei gegen Kolobabianca. Und vorgestellt heute wieder mal von Guido, unserem Vertriebsleiter, und mir, dem Hans. Heute geht es aber in unserem Battle nicht um zwei gleiche Rebsorten, sondern um zwei außergewöhnliche Weine, jeweils der Kellerei, wo uns der Guido jetzt wieder was sagt. Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Ja, wir haben, wie der Hans schon gesagt hat, zwei verschiedene autoktone Rebsorten. Also erstmal, was bedeutet autokton? Autokton bedeutet, die Rebsorten werden nur in der jeweiligen Region angebaut. In dem Fall haben wir zwei Rebsorten, die nur in der jeweiligen Region angebaut werden. Einmal den Teroldico Superior Reserva aus dem Hause Cavit, in dem Fall eine Einzellage Maso-Cervara. Maso ist der Bauernhof. Und aus dem Hause Cori oder aus der Lage Cori, dem Nero d'Avola, eine Spezialität, eine Rotwein-Spezialität, das ausschließlich nur in Sizilien oder auf Sizilien angebaut und medifiziert wird. Hast du denn eigentlich gewusst, woher das Nero d'Avola kommt? Warum der so heißt? Erklären wir es. Der Schwarze aus Avola. Das ist eine Stadt ganz südlich, im südlichen Teil von Sizilien. So kann man sich das merken. Da kommt nämlich die Rebsort. Interessant zu wissen. Und übrigens die Einzellage Cori, weil du die gerade eben erwähnt hast, wird ebenfalls übersetzt mit der Sonne am Gaumen. Und genau so schmeckt er nachher, aber das werden wir dann erst sehen. Gut, dann würde ich sagen, schenken wir uns mal ein und schauen uns mal als erst die Farbe an. So machen wir es. Oh, da sieht man schon, was denn? Ein tiefes Dunkelrot, tiefes Rubinrot. Ja, also ich bin auch in einem sehr tiefen, dunklen Rot unterwegs. Sehr komplex, sehr schön, wunderbar. Sieht auch schön. Ich weiß nicht, ob man das im TV zu Hause an den Fernsehgeräten sieht. Die Kirchenfenster, das ja immer von einem sehr hohen Termingehalt herkommt. Bei dir übrigens ebenfalls. Ja, also die beiden sind wunderschön von der Farbe und animieren sofort zum Riechen, aber noch mehr zum Trinken. Da sind wir jetzt dann schon wieder bei einem Unentschieden. Da kann man keinen Punkt den einen oder anderen vergeben. Deswegen muss es jetzt wieder mal vielleicht ein Geruch machen. Wie die Farbe habe ich auch in der Nase dunkle Waldbeeren, Zwetschge, Pflaume, alles was dunkel daherkommt. Ja, und ähnlich ist es tatsächlich auch bei mir, bei meinem Wein, beim Tirolico. Ich habe hier auch einen Anflug von Feilchen und Pflaume, Dörrobst, vielleicht sogar leichte Noasen von einem Rumtopf. Also sehr kräftiger Geruch, aber sehr, sehr angenehm und sehr, sehr weich und stimulierend. Also da glaube ich, muss ich mich geschlagen geben, weil gegen Feilchen kann keiner was sagen. Insofern Punkt an Team Guilla. Da hat er recht. Man muss jetzt schauen, dass der Geschmack herausreißt. Also hier merke ich schon mal ganz klar, unabhängig von der Säure, Alkoholgehalt, diese enorme Dichte und sehr viele Tannine, was den Wein übrigens sehr lange lagerfähig macht, dürfte bei dir ähnlich sein. Ja, es ist in der Tat so. Wir haben bis dato, das vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, zu erwähnen. Wir haben jetzt einen Wein, also zumindest bei mir im Glas, der 20 Monate im Barik gereift ist. Also im kleinen Holzfass, das sind 225 Liter Holzfässer, ist über 20 Monate gereift und wird dann auf die Flasche gefüllt und wird dann nach einem weiteren halben Jahr Lagerung in der Flasche erst in den Verkauf gebracht. Und das merkt man auch am Geschmack. Wir haben sehr feine Tannine, sehr kräftige Struktur, aber mit sehr, sehr elegantem Abgang und tiefem Abgang. Das ist ein wunderschöner Essensbegleiter. Das ist bei dem auch so ein sehr langer Abgang. Das heißt, ich habe immer noch von dem ersten Schluck die Sonne am Gaumen. Insofern muss ich sagen, wüsste ich jetzt nicht, wie die Punkteverteilung ausschauen könnte. Wir sind uns darüber einig, dass wir beide zwei exzellente, außergewöhnliche Vertreter aus den jeweiligen Kellereien im Glas haben. Insofern ist es eigentlich eher eine Geschmacks- und auf gar keinen Fall eine Qualitätssache, aber wie immer eine ganz klare Kaffeempfehlung.